Jensen Stirb! Wie komm ich da oben hin? Gar nicht. Mir sowas von egal. Braucht keine Super-Massels, es sei denn es gibt über vier Töne hintereinander. Was sehr, sehr unwahrscheinlich ist. Da geht's dann nicht durch. Oh, okay. I go home. Bye, bye. Wirklich, müsste noch irgendein Gegner kommen? Warte, warte, wird sich das regeneriert. Müsste nicht noch irgendein Gegner kommen, der den Space Jam mitzlässt oder kommt das wirklich auch erst am Ende? Man kann aber am Ende dann nicht mehr hier zurück. Was soll der Scheiß? Ja, ich weiß, ich lasse mich jetzt absichtlich für eine Lava treffen. Ich will euch zeigen, wie überlegen ich gegenüber der Lava bin. Zum Neptunmel, ja. Irgendwie ist das alles ein bisschen scheiße. Ja. Ich gehe einfach mal links lang. Ich will jetzt gucken, was da ist. Anni, es war der Raum, wo gar nichts ist oder wo ich an nichts drankomme. Wo wir es zumindest nicht geschafft haben oder wo es am Ende gar nicht wirklich weiter ging. Außer brauchen wir nicht über 160 Raketen. Wir bringen uns am Ende wirklich kaum was. Glaubt mir. Alles, was man für den... Äh, stirb! Ich hasse euch! Warum gehe ich... Äh! Okay, und weiter geht's. Wow! Muss ich überhaupt da lang? Sieht so aus, wenn ich weiterkommen will. Komm, die kommen müssen wir auch. Okay, erstmal aufladen, weil wir ziemlich wenig Leben noch haben. Ja, ist gut, ist gut, ist gut. Beruhig dich. Und es geht... Und es geht... Will ich das Power-Up haben? Will ich... Ne, will ich nicht. Okay, hier hoch. Da hoch. Das Kaputt schießen. Oh. War das hier... Oder war das hier der Rheinfall? Ich glaube, das war hier der Rheinfall. Wenn es hier nur Rakete am Ende ist, gibt es was... Das ist der, der rein... Oh Gott! Okay, eingesammelt. Okay, und weiter. Okay. Oh, nee. Nee. Okay, das geschafft. Nee, das war nicht der Rheinfall. Der Rheinfall war in einem anderen Raum. Autsch. Okay, und zurück. Obwohl das auch schon ein ziemlicher Rheinfall war. Ah. Ist mir gerade sowas von egal, dass ich sterbe. Lasst mich in Ruhe. Ähm. Ich will nach oben. Schi-Tee. Ah. Ah. Nein, es geht... Geht's da gar nicht mehr hoch? Ach so, da. Ah. Okay. Ich suche jetzt einfach mal... Ich gehe jetzt einfach mal zum nächsten Speicherraum. Und danach... Keine Ahnung. Ah. Ist nach. Los ist nach. Okay, und rennen. Keine Ahnung. Ich schweiche jetzt erstmal, weil ich habe irgendwie momentan überhaupt keine Lust mehr auf das Spiel. Oder zumindest nicht so sehr. Deswegen werde ich, glaube ich, mal so ein paar Spiele kurz austesten. Demnächst so. Naja. Das war's dann erstmal. Bye, bye. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020